nördliches bollwerk na guten morgen was ist das ach so das ist diese eiskarte wo wir die ersten ja das ist ja genau da müssen wir aufpassen dass die nicht hier runterfallen das war nämlich das ding ja das ist richtig und einfach gesagt als getan das machen wir indem du hier die beiden zu machst weil dann müssen die hier links außen laufen und dann ist es unwahrscheinlich dass sie nach da laufen runterlaufen und dann einfach dass sie weiter hochlaufen pass auf guck mal oder wir gehen hier hin und lassen die weil das andere sind der efluggegner machen hier den gang ist natürlich auch eine option weil hier also zweimal so ein unter schlupf quasi mit decken fallen weil hier oben ein flugviecher kommt was war länger welcher gang war noch mal länger wollen wir noch mal laufen der andere gang aber ist eigentlich egal weil hier sind fast nur treppen stimmt doch wieder hier unten bekämpfen hier wäre natürlich ziemlich cool ehrlich gesagt aber hier ist ja keine decke stimmt ne 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 das sind vielleicht ein anderer ganz gut und zumindest wenig dicke ein bissel hat er die da durchkommen da ist gesperrt aber dann lasst ihr uns außenrum führen wo außenrum ok es geht ja nur hier so ja ich dachte dass die von von hier kommen wo ich gerade bin dann hätten wir sie nicht gerade durchgeführt sondern hier so links rum wegen der decken alle das geht leider nicht das geht ja eh nicht weil fangen wir ab unten an zu bauen oder ob hier oben ähm ja was machst du ja wobei ist eigentlich egal gell ja wenn du wo anfangen willst muss ich dir natürlich in die richtung gleiten das mache ich dir da hin ist ja die frage ist führen wir dich so rum oder führen wir dich so rum das frage ich dich so rum oder genau da Okay. Ja, ja doch. Ja, oder so. Ja, das ist eine Lücke. Wobei die müssen hier so oder so durch, also die treffen sich so oder so, ja. Ja. Ja, die werden sich ja schon irgendwie quetschen hier, das passt schon. Wobei, kommen die durch so eine kleine Lücke durch? Weiß ich nicht, guck dir was aus. Ich meine, wir kommen da ja durch, aber die Mobs... Und sonst mach ich eh dazu, passt schon. Ja, wobei, ja stimmt, ja also. Gut. Bereit wie immer, jetzt wird's nur schlimmer. Auch gut. Bin ich bereit, da sein, genau. Jetzt können wir da diese ganzen Bündler umbauen. Denk an deinen Beat, ne? Das wäre eigentlich auch noch ganz gut. Kein Geld. Ich lass mal von dir höre, du. Ich heiße diese Torheit willkommen. Ich muss immer noch... Nice. Die hab ich komplett weggesäbelt. Mhm. Ähm. Ja. Vielleicht aber jetzt doch ein bisschen zu viel, dass das Ziel ist. Ich sag's nur. Selbst wenn die durchlaufen, die können uns zwar töten, aber wenn die durchlaufen, ist ja egal. Ja, aber die ziehen uns halt von der Front weg. Das ist auch vielleicht ein bisschen schwierig. Hm, ja gut. Die eine Barrikade hier kannst du nichts vergessen. Die wird auch noch ganz kaputt. Okay. Ich brauch dich hier unten, gell? Und zwar dringend. Sieht doch entspannt aus. Feinde beim Riss! Aber jetzt fängt der Damage schon wieder an. Komm, halt's Maul. Ich schwör's dir, ich sterb hier übel schnell. Zurück und kampfbereit. Junke. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Ich muss schnell was ändern, ich muss schnell was ändern. Nein, ich hab sie nicht erwischt. Ich hab eh gespammt. Was ist das hier für ein Kacktote? Verpiss dich. Da kommen weitere Feinde. Das gibt keinen besseren Platz. Koki ist so ein Monument-Ding. Der deaktiviert die Feinde. Ja, da hab ich auch gesehen, eines davon. Cool. Aber gut, dass die das deaktivieren, während wir auch schon so viel davon haben, ne? Ich hab mich geopfert, dafür hab ich ein Ding platziert. Ein... ja. Loombeet. Mhm. Er läuft ruhig durch. Nein. Oh Gott, die Assassinen. Boy. Mhm. Jo, Knolljäger, die Echsen, alles kommt dran hier, Jungen. Wie viele kommen da vor allem. In unserem Rissraum sind Feinde. Ach so, ja, das sind die Jäger. Nicht nur. Aber die Kleinen. Ich bin tot. Eine Barrikade wird angekündigt. Also ich schwörs dir, es sind safe nicht nur Jäger. Sie haben eine Barrikade zerstört. Ich wollt hier noch nicht so früh einsammeln. Scheiße. Sie sind fast da. Nein, ich wollte gerade rechts leg drücken. Ich meine, wir haben 100 Leben. Das ist zwar viele, aber wir haben auch noch... Das ist der Gap bei uns. Also es ist halt einfach gerade eine Scheißkarte hier, aber... In unserem Rissraum sind Feinde. In unserem Rissraum sind Feinde. Ja, wo hast du denn die Info aufgeschnappt, Kumpel? Ganz alleine herausgefunden, ja? Und stolz auf dich, Mann. Aber hey, wir haben noch kein Leben verloren. Ich bin ja auch erstaunt, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht erwartet. Mhm. Da kommen weitere Feinde. Damit werden sie nicht rechnen. Das sollte funktionieren. Jetzt versuchen wir, so lange hier drin zu halten, wie möglich, ey. Wie ein Tote vor unserer Fresse setzt. Was ist das denn? Wow. Die Dinger sind stark. Was? Die mit der Bläser. Der Typ mit der Bläser. Wow. Da wollte ich gerade einen Assessin von hinten abstechen. Von hinten auch noch. Ja, ja. Ich habe extra außen rumgelaufen. Ja, von mir hier auch gerade. Ich habe extra nach unten. Ich war gerade mal unten am Gucken. Mann. Versuchen wir das nochmal. Feinde beim Riss. Na, ich bin schon dabei. Ich bin zurück, um meine Arbeit zu beenden. Okay, vielleicht hat man vielleicht doch einen De-Buff da. Ich wollte gerade sagen, vielleicht. Ich wollte ja auch. Ja, eine. Vielleicht die Knolljäger, die sind stärker. Ja, ein Assessin-Typ ist okay, aber zwei finde ich schon echt heftig. Und die kommen meistens zu zweit, die Knolljäger. Die kommen alle gleichzeitig. Na, kommen immer alle am Anfang. Danach ist es entspannt. Dann schaffen wir es auch immer. Aber hey, wieder niemanden verloren. Flug, ich bin im Anflug. Hör, noch ein Ding. Fluggegner, Junge. Ach du Scheiße, die haben wir ja ganz vergessen. Ich wüsste, ich habe zwar die Meldung gerade gehört, aber ich habe das komplett nicht realisiert, weil ich das einfach so, ja, ja, passt schon. Laber du mal deinen typischen Text da runter. Ach, die sind ja auch gar nicht übertrieben unnötig jetzt hier gerade in dieser Situation hier. Nee, du kümmerst dich drum. Ich kümmer mich erst hier um hier oben. Mach du die Fluggegner. Das geht tatsächlich, das sind alle in einem Block. Ja, er schockt mich erst mal, danke. Ich bin schockiert. Ja, ich komme hier sogar ganz gut zurecht gerade. Knolljäger. Dafür waren das auch weniger Gegner als eigentlich voll okay. Die Knolljäger kommen zu dir. Naja. Ich bin tot, bin tot, bin tot, bin tot. Sie sind fast da. Danke, dass du mir den Hinterkopf schießt. Das finde ich sehr freundlich von dir. Bestes, angenehmes Gefühl, du. Ja, ja. Wie viel könnt ihr standhalten? Wie viel könnt ihr standhalten? Nichts. In unserem Rissraum sind Feinde. Ich muss mein Leben wiederherstellen. Mein Mann ist das leer. Dann lass dich töten. Nö, doch, geht doch. Ich muss mich ausruhen. Alles easy. Ich komme wieder. Ciao. Ich komme wieder. 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 Einmal schnirrt man uns schon, verrecken die hier. Oder was? Was war so was mit dir, ha? Hesby Schützen. Priorität Nummer 1. Ja, komm mal, der Schnelltuch. So, erst mal die ganzen Monumente hier wieder abzerstören. Da kommen weitere Feinde. Ich bin knapp bei Kasse. So. Sieht doch ganz gut aus. Ich gehe jetzt zu dem Fluggegner. Ich warte nur ganz auf einen Laser. Nicht genug Münz. Geil. Und dann kann ich erst das ziehen von hinten. Oh, nö. In unserem Riesraum sind Feinde. Feinde beim Ries. Da waren sogar tatsächlich welche. Jetzt bin ich fickend. Ey, Kumpi, ich sag mal, das ist so, wie es esst du, ne? Das ist gerade ein bisschen viel. Fluggegner. Ne, gerade gut. Fluggegner habe ich gerade schon weggemacht. Sehr gut. Solch sture Kreaturen. Hilft fort mit euch. Sie sind fast da. Einfach mal so ein random Schneekanonending da oben hin platzieren. Hm. Das war eine Herausforderung. Komplett zum Pflaster, Junge. Ich wollte da was ausdenken können. Junge. Letzte Welle. Zeit, scheiß drauf. Letzte Welle, beste Welle, sagst du? Fluggegner. Geil. Geil, Mann. Genau das wollte ich platzieren. Danke, Spiel. Perfekt. Nicht mich einfrieren. Oh nö. Das muss ich doch machen. Schein. Jetzt zum Beispiel, wenn ich die Pfeildinger platziere, habe ich auch wieder fast kein Geld mehr. Boah. Ich schwöre es nicht. Assassinen, ne? Ah, die kommt der ganze Front von Assassinen gerade an. Weißt du, was auch angenehm ist? Wofür so ein Lenkrad ganz gut ist? Wenn dann die Nase kratzt, einfach am Lenkrad kratzen. War auch. Na ja. Boah, die ersten Ziele sind echt stark. Wunderschön. Dafür können die ganzen Normale langsam nicht mehr so gut durch hier. Ja. Habe ja auch die Pfeildinger platziert und so. Ah, guck mal. Zeit war zwar abgeworfen, aber die juckt mich eh nicht. Ich meine, wir haben jetzt für die fünfte immer noch 500, äh, 100 Dinger. Er hält, er hält 20. Oh. Kopfschussschaden safe, Junge. Hm. Hm. Ich meine, Restpunkte schaffen wir easy. Ja, Kopfschuss. Und jetzt kommen nach so 101 Gegner durch. Genau. Nur, was du's gesagt hast. Na komm, das schaffen wir, komm. Ja, das klappt immer an uns. Ach so. Äh, ne, es ist mir egal, was für ein Dinger was ist, aber ich werde niemals Eismine nehmen. Verliere alle 10 Sekunden 100 Münzen. Als ob die Karte nicht schon schlimm genug ist. Für jede wille Zyklopenmagier. Mach Zyklopenmagier stärker. Das sind die scheiß Dinger, die grünen Kugeln erschießen. Oh, aber der Keller ist auch ne Azimap. Boah, das sind beides richtig harte Karten. Aber die Frage ist, was ist einfach? Was ist schwieriger? Äh, die Eismine bin ich safe raus, sorry. Aber die Eismine ist ja richtig rotzig. Ach so, ist das ja, Fluggegner. Und das auf zwei Wegen aufgesplittet und das mit so nem kurzen Wich, ne, also keine Ahnung, das, das würde ich nicht tun. Auch wenn es geht an sich, aber sobald Mana leer ist, ist es halt echt kritisch dann. Ich meine, es geht, aber ich finde allein den Debuff davon schon richtig scheiße. Aber den können wir ja wechseln. Ich würde den Keller nehmen. Na ja, mach nen Keller. Pack die Zyklopen weg einmal. Ich würde auf jeden Fall erstmal die Knolljäger wegmachen. Na, warte mal, die Knolljäger, bevor du die wegmachst. Klar, die töten uns ab und zu, aber du hast jetzt auch gemerkt, die haben, die sind nie durchgekommen, die Gegner. Die Knolljäger, wenn die durchkommen, scheiß drauf. Ja, ja, aber die verzögern uns extrem. Die Karte ist ja sehr kurz, ne? Du weißt, welche Karte das ist, ne? Ne. Das ist die, wo das Tor 10 Meter neben dem Riss ist. Oh, ne, das ist doch nicht die Karte. Hm, mit den zwei Wegen, wo man uns entscheiden muss. Aber wir haben genug Geld, das müsste da reintirisch eigentlich ganz gut klappen. Hm. Erkriege dich schon in Begeisterung? Ja, gut, mach einmal die Knolljäger weg. Guck, was rauskommt. Okay, ist okay, ist okay. Ist okay. Perfekt. Wechseln nicht verfügbar. Wow. Man muss also pro Runde wechseln, weil sonst darf, kann man es nicht, wir dürfen nicht wechseln. Wir durften einmal wechseln. Oh. Also musstest du jede Runde wechseln, sonst verfällt der die Waff-Dings so. Er ist ja voll dumm. Ja, aber ganz ehrlich, so ist es besser, weil ich meine, wenn Knolljäger kommen, es werden fast keine kommen, ist der Schaden doppelt so groß. Aber ganz ehrlich. Jetzt kommen wahrscheinlich genau deswegen richtig viele. Na, glaube ich nicht. Na gut, dann. Lustig wäre es gewesen, wenn du die Zyklophen gewechselt hättest, den Knolljäger-Schaden verdoppelt hättest und wir noch Knolljäger gehabt hätten. Das wäre natürlich richtig kacke gewesen. Das wäre sehr lustig gewesen. Bis zum nächsten Mal.